Gleich geht's hier los mit Red Style und die glänzende Mathe, Liebe, Lust und Lifestyle gleich bei Red Style. Ja, der Welt. Ich würde sagen, der Fantasie von uns Frauen, na, trotzdem shoppen, meine Lieben, und zwar Second Hand. Ja, aber vorher geht's hier erstmal weiter mit Goji, Chia und Matcha, aufmischt gleich hier bei Red Style. Willkommen zurück bei Red Style mit einer wirklichen Experte, Achim Sam, da ist er auch. Heiße Tipps von einem ganz heißen Kerl. Das ist ja umso mehr Spaß, die Wohnung, euer Zuhause. Jupp, und zum Schluss, da haben wir noch ein Bild zu machen. So, und ich freue mich auf euch. Nächste Woche sehen wir uns bei Red Style wieder. Bis dahin. Let's go.